Ich hör euch. Was machst du da schon wieder eigentlich gerade? Also, so. Wir haben ja... Kannst du mal bitte aufhören, deine Eier abzulecken, Alter? Das ist aber der Content, den die Leute schieben wollen. Alter, das will keiner sehen, wie du deine scheiß Eier abschläckst. Hast du die Leute mal gefragt? Ja. Hör auf zu fressen. So, letzte Folge haben wir ja einen Eloi-Smelter gemacht, den guten, und meine Socken verlost. In diese Folge machen wir etwas anderes. Wir machen nämlich eine Sankmell. Keine Angst, wir verlosen noch keine Unterwäsche. Nee, wir bleiben bei Socken. Nee, jetzt läuft erst mal das eine, und danach verlosen wir vielleicht noch mal Socken, wenn der Bedarf bedeckt werden kann. Weil du nur ein paar Socken in der Woche trägst und das muss erst mal nachproduziert werden. Die muss ja reifen, die Socke. Ja, genau. Hör jetzt auf, Alter. Und wir raten, mich nicht dafür einzusetzen. Warum? Weil sie nicht. Weil die einstürzt kann. Ist keine italienische Brücke? Wolke? Brücke. Sicher? Merde. Ähm. Äh. 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 Alter, kannst du bitte aufhören zu schmatzen? Es ist schrecklich. Okay. 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 Sing einfach wieder, das war angenehmer. Sing einfach wieder, das war angenehmer. Ich hab eine Sackmühle. Geil. Scheiße, Alter. Ah. Fuck. Pff. Fuck. Ich baue hier noch eine Brücke. Ähm. Ich hab schon wieder voll vergessen, dass dieses Fotzen-Ding ja, homo-fack, einen scheiß-verfickten Kack-Capacitor braucht. Äh. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee. Hast du irgendwie gekokst oder so? Du hast schon gekokst oder so. Kokain-Schwämme? Sonst ist noch alles... Ja, ist alles gut. Alles bestens. Alter, du hast wieder immer reingeknallt. Was waren das gerade für Crack-Bong-Bongs? Oh, Crack-Bong-Bongs habe ich hier auch noch. Was? Die sind aus... China. ...Alpen-Andereien. Aus dem Alpen-Andereien. Das... Oh. Da war ja Plastik dabei. So. Kann er jetzt in Ruhe fressen? Haben wir uns alle beruhigt? Wenn er fällig ist mit Fressen, kann er wieder herkopf. Haben wir uns alle beruhigt, oder? Wenn er fällig ist mit Fressen, kann er wieder kommen. So. Das ist hier noch ein bisschen schlecht. Aber immerhin ist das schon mal da. Haben wir uns jetzt beruhigt? Ja, fahr ich dich. Ich ja, ich fress aber auch nicht die ganze Zeit. Warum nicht? Das macht man nicht. Ja? Hör auf! Es ist genug. Ja, ja. So. Wie machen wir das denn hier? Sehr ungünstig gelegen, dieses Dorf. Woran hat es gelegen? Dieses Dorf, ja? Ja. Es ist einfach nur... ...pure beschissen. Es ist... Ah, 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 ah. Das sagt man nicht. Es ist, sagen wir so... Ich habe ja schon viel, viel gesehen, auf der Welt. Aber, so eine Planung von einer, einem Dorf, ja. Es ist jenseits von dem, was ich so kenne. Und das dulden wir hier an technischer Säure auch nicht. Nicht? Ich glaube, wir kommen hier raus, mit der Straße. Ich speicherei. Und dann fahren wir direkt, sagen wir so, direkt hier runter, ja. Das quasi, hier die Straße weiterläuft. So ungefähr. Also, wir haben hier eins. Dann haben wir eins frei. Dann haben wir hier den Mittelstrich. Dann haben wir wieder eins frei. Und dann so. Also, also die Straße ist jetzt, genormt, wieder, ähm, zwei, drei, vier, fünf Blöcke breit. Fünf Meter. Also passender, easy, zwei Meter Autos nebeneinander vorbei, ja. Magst du das? Das muss ja, das muss ja reichen, da. Hätte ich jetzt mal gesorgt. Deswegen, machen wir jetzt nur eine halbe auf. Sag mal. Das ist natürlich Alkoholfrei. Mhm. Prost. Mein Telefon, wie geht es dir? Nummer unterdrückt. Äh. Jetzt ist es klar. Roger. Klasse, das ist ein Problem. Was tue ich jetzt? Ich könnte die Treppe mal machen. Das wäre wahrscheinlich mal eine Idee, die Treppe hier zu machen. Was für eine Treppe. Ja, die Treppe, die hier nach oben geht, in mein Haus rein, weißt du? Ich hab doch hier eine Treppe. Dann warst du schnitt. Merke ich, dass du das nicht weißt. Ich hab noch ein Obergeschoss. Das muss auch noch eine Treppe haben. So, jetzt haben wir hier eine Treppe. Wunderschön. Jetzt braucht das Ding immer noch eine Rehling. So. Wie beschissen sieht das aus? Yes. Weldick schießen. Oh, das geht ja sogar voll. Oh, das geht ja. Oh, das geht ja. Oh, das geht ja. Oh, das geht ja. Entschuldigung, 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 Buster, 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 ich hab's da gerade falsch gelesen. Skibidi Bob, Bob, Boops, Skibidi, Yes, Yes, Skibidi, Bob, Skibidi, W, 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 Yes! Bubble U. Ja, Bubble. Jetzt Sprachenlernen mit Bubble. Ist das gut? Kann man das so machen? Hm, aus. Super. Das ist tatsächlich gar nicht mal... Also. Und jetzt noch. So. Das schmeißen wir weg. Hier runter. Und dann machen wir das so. Und dann könnten wir eigentlich nochmal... ...was in den Dinger nehmen. Und so. Und dann noch. Haha. Das geht nicht. Schade. Aber das ist nur so. Vielleicht nur so. Na? Ja. Ja. Finde ich nicht schlecht. Finde ich... Finde ich... So. Das ist dann so. Teile, die man reinstopfen kann. Ne. Oh, passt. Trotzdem rüberlaufen. Perfekt. Das hat keine Funktion. Es hat nur Design. So will ich das haben. T-Shirt von Philippine. Erkennt man am Design. Oh, Clarkson Skinny Jeans. So. Äh. Dann schmeiß ich das vom Dach runter. Das brauche ich nicht mehr. Das auch nicht. Hier muss man echt drauf achten. Wenn man so eine Straße baut. Mhm. Ja. Dass man auf den Untergrund achtet. Weil Rasen kann da durchwachsen. Und das ist schlecht. Man kann das nicht einfach auf Rasen setzen. Das ist... Geht nicht. Ja. Wenn wir hier schön kurz einen Untergrund bauen. Durste ich euch... Sollen wir da eine gesetzliche Regelung machen? Was für eine gesetzliche Regelung? Ja, irgendwie... Dass... Dass nur Kies drunter haben darf und... Dann können wir das Regelwerk von TS6 wieder einführen. Oh Gott. Ja, okay. Guckt mal nach, gegen was für Regeln wir allein jetzt schon verstoßen würden. Tierzucht. Ich habe keine Tiere. Ähm, Lampen im Haus. Ich habe gar keine Lampen. Dann bist du... Herr Dr. Kortmoor... Clean. Wir haben Geschirrspüler. Ich glaube, es wird sogar echt gehen. Weil es hieß nicht, dass man Lampen haben muss. Es hieß nur, dass man... Wenn man Lampen haben will, dass die elektrisch sein müssen. Exakt. Dann Ventilationräumen, die größer alt sind, habe ich auch. Ähm... Ich glaube, das Einzige, wo man vielleicht noch durchfällt, ist Strom. Weil der kommt noch nicht aus... Der war irgendwie prozentual aus regenerativen Energien oder so. Ab Folge 30, ich glaube 50% sogar. Ja, wir sind jetzt schon fast bei Folge 30 und ich habe noch nicht mal 10%. Ich habe... 0%. LOL. Wie man da oben unschwer erkennen kann, achte ich dieses Jahr auf die Umwelt und auf die Landwirtschaft. Oh, Landwirtschaft könnte auch noch ein Problem sein. Das war doch so, dass man das nur mit Wasser über einen Sprinkler machen durfte. Ah, ja, stimmt. Wie Sie sehen, Dinge... werden hier... missachtet. Nee, missachtet auch nicht. Werden einfach nur... wie man so schön sagt... Andersweitige Projekte werden bevorzugt. Zum Beispiel diese Straße hier. Aber wenn ich in dem Tempo weiterarbeite, habe ich in vier Folgen die Straße hier fertig. Respekt. Das ist stark. Wenigstens bis zum Spawn. Aber jetzt ist mir leider meine Pizza ausgegangen. Jetzt muss ich mich noch um Trockensuppe kümmern. Und das verzögert natürlich das Ganze. Uh, das geht gar nicht. Oh, nochmal ganz schnell hier die... die Wong-Jungs hier nachpflanzen. Ey, was? Die Onions. Ach so. Ich war gerade verwirrt, warum die sonst die Wong-Jungs... was? Ja, mein Essen reicht nicht für den ganzen Winter. Da müssen wir uns gedanken machen. Gekarnivore Ernährung. Mein Schules-Gapper ist voll. Oh, schön. Das mache ich jetzt noch. Trockensuppe. Dafür brauche ich fünf Silber und ein Redstone. Und Rick. Ne, Kartsch, dafür brauche ich zwei Redstone. Und dann brauche ich ein Upgrade. Und einen VW Up. Elektrik. Da brauche ich Elektrum, Silber und... ...Hand in... Boah, vor dem Tunnel habe ich ja schon Angst, A-Wing. Den darfst du machen. Du bist der Tunnelbeauftragte von TS-6. Jawohl. Ich habe dir den schon mal ausgehoben. Die Höhle ist da. Okay. Alter. Doch, aber die Straße, die wird da gut, glaube ich. Bin ich zuversichtlich. Hääääh. Ssss. Wie macht man... ...Hard... ...de... ...net... ...Glas. Obsidian, Lied... ...Obsidian und Lied. Echt jetzt. Geil. Klaperan. Ein Moment. Hä? Ah. Aber du weißt, wir müssen auf dem Quikimardival 4 sein. Ah, warte, das kriege ich hin. Nee. Okay, das kriegen wir nicht die Folge hin. In that case, I don't care. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.